Alter Schwede Mega Blitztruhe Mega Blitztruhe Leute, Leute Ja, da haben wir eine Saisonbelohnung Ja, zweiter Platz Und dann öffnen wir wieder mal 6300 Gold, nicht schlecht Feuerball ist gut Ja, die brauche ich Puh Ja Nicht schlecht Nicht schlecht Bis zum nächsten Mal In der Saison Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen »Ill sarcasm« »J desternas »J och Vielen Dank.